Rudi Carell kennen sie natürlich. Aber wussten sie schon, dass er ein großer Erfinder ist? Diesmal hat er etwas erfunden, das jeden umhaut. Oskar, wo bist du? Moment mal, wo ist drum? Hast du keine Augen im Kopf? In diesem Film darf viel gelacht werden. Über Ernst Hilwig zum Beispiel. Auch er hat's mit der Technik. Die wuschende Mädchen sind leider ne Schau. Sie wollen die fangen, das weißt du genau. Papi und Mami, das sind zwei Motskanonen. Bei uns ist einfach immer etwas los. Ich bin so happy mit dir. Happy mit dir. Happy mit dir. Die aktuellsten Schlager, die beliebtesten Komiker, die schönsten Mädchen in dem neuen Lustspiel von F.J. Gottlieb. Rudi, benehm dich. Ein Film voller Liebe, Trubel und Heiterkeit.